ARD Text im Auftrag von Funk Jo, wir sind jetzt über tausend Ich muss ja kurz gucken Whatsapp, wo hab ich dich? André, da Nein, ich brauch das Bild mit Kupfer, Nickel und Silber zusammen Gut Kupfer, Nickel und Silber Der Rufen braucht ja überhaupt nicht lange Nein, überhaupt nicht Deswegen haben wir auch nirgendwo gefunden, wie man Stahl machen kann Weil man das mit dem Biest machen muss Kupfer Nickel Und Was ich grad noch gesagt Kupfer, Nickel und Silber Silber Hä? Silber Ja, Silber mit V Natürlich Cent Und Perfekto Perfekto Hat der wenigstens schon mal einen durch Jetzt? Nein Alter Da fehlt immer noch was Das ist ja nicht normale Ich will das jetzt wissen Shit Ich krieg so lange davor stehen Das reicht nicht Was ist das denn? Ich brauch hier noch einen Export-Buzz-Moor Mehr Weil bei zwei Bei zwei Da fehlt ein einziges Element Was man noch nicht rein mit reinziehen kann Oh Ernsthaft? Ja Ich bin für den Nickel aus dem Haus Der Motor wäre Beim ersten sogar Drei Wenn du Pech hast Ne? Äh Das können wir gar nicht anschließen Kacke Doch Von unten Sind 15 Ähm Acht passen rein Also 16 Sind immer Wäre einer Du gehabt Wären zwei Perfekt Das passt perfekt Ähm Ja Nur bei dem Einbräuch ist halt noch einen mehr Einen weiteren Export-Buzz Hier das Ding wird gleich so dermaßen überlaufen Wir kennen es ja nicht anders Das ist jetzt schon komplett voller Kupfer Alter Wie viel Iron haben wir denn schon wieder gehabt Wieso Geht jetzt schon wieder komplett voll Iron Das sind jetzt bald über 100.000 MB Du weißt ne 1259 MB ist ein Block Warte mal Wie war das nochmal wenn der voll ist Dann hat der doch eigentlich manchmal trotzdem weiter gemacht Weil hier macht der schon wieder nicht Ja Ja Irgendwann backt sich das rein Ich glaub da musste man einen Block ziehen und dann backt der nämlich Wenn ich dir nicht alles täuscht Ja Also einer da wieder weg Aber Nimmst du den zweiten Mal schauen Vielleicht schwimmst du im flüssigen Eisenwald überlaufen Ich würde das feiern Gleich ist ein Eisen fertig Gut zu Ende Juhu Wir sind auch nur bei 1430 Grad Und jetzt kommt es mit 1500 Ein Basic-Export-Pass hatte ich sogar noch Nice Ich brauch jetzt mindestens noch Drei Genau Der hat jetzt schon wieder sechs Holzkohle durchgeballert Nur für die Temperatur Alter Ich kann noch nichts rausbekommen Das ist halt nicht mehr normalen 1500 Grad So abartig krank Hat der kein Redstone? Hat ich kein Redstone mehr gehabt So jetzt hat er Einen hat er jetzt gemacht Und jetzt geht das Eisen auch schneller durch Ab 1530 geht das schneller Ja wir haben einen Ein Stahlbarren Okay Export-Pass Das doof ist, wir brauchen vier Blöcke Das, 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 das Umso heißer der wird, umso schneller wird's, ne? Ähm, na Das ist das Gute Gut So, ich hab gleich einen zweiten Barren schon Eins, zwei, drei, vier, fünf Nein, da fehlt wieder Silikon, ey Was blöd ist, wir brauchen für jedes Stahl einen Redstone, ne? Ja egal Haben die einen Redstone? Ich glaube, ich hab gerade irgendwie fünf Stacks gemacht, oder so Okay Ah, ich brauchte doch gar nicht Egal, ja gut, perfekt Ja, 285 Redstone haben wir im System Ich nehme mal einen Stack mit hoch, ne? Tu das mal Ich gebe mir mal eben das Zeug, was hier noch ist Passt das? Ja, das passt, oder? Ah, doch, das musst du passen Komm, bitte Jo, passte, perfekt Glück gehabt, dass das gepasst hat Guck ich mal, wieviel davon noch ins E-System passt Das will ich ganz gerne behalten Das kann da rein, das, das, das Kann alles da rein Jo, perfekt, passt da noch alles ins E-System Optimal Ähm, dann Export was Die Silikon-Dinger hab ich gerade gemacht Ach, ich hab schon die Prozesse Ah, ich hab schon die Dinger gemacht Deswegen war ich jetzt mehr da Coolie, ich hab nichts gesagt Furnace Jo Coal Jo, perfekto Alter, wir haben jetzt schon die 1800 Grad wieder drin, ne? Aber wenn du einmal die Temperatur hat, ist das eigentlich ganz easy, ne? Dann könntest du so locker vier, fünf Stahl machen Mit einer Holzkohle Ist doch geil Und das ist nicht so, wie mit anderen Rohstoffen Denn wir brauchen auch mal eben kurz reinwerfen Wir haben's, aber das dauert hier ein bisschen länger mit Stahl Wir können ja so eine Instant Stahlposition machen oder sowas Wenn wir das mit Autocrafting machen, dann dauert das Autocrafting auch verdammt lang mit dem Oder wir füttern den immer nur mit Holzkohle, dass er die Temperatur hält Ähm, Export Und das Schöne ist, du kannst damit ja auch Quarz herstellen mit dem, ne? Was du ja brauchst, das Nether Quarz Oh ja, bis zum Gegend hier brauche ich Nether Quarz Oh ja Hä? Da brauchen wir aber EP-Beerenbüsche, ne? So Ja, geil Wie kriegt man die denn? Gar nicht aus dem Nether? Alles andere haben wir Ist wahrscheinlich aus dem Nether oder so So Was fehlt denn da jetzt schon wieder eine? Ja, exakt Auf jeden Fall muss man die finden, man kann sie nicht vorhaften Oder auch irgendwie anders bekommen Dass man ihm nachguckt Endlich kann man hier mit dem Na 2000 ist das höchste Oder geht da nicht mit der Temperatur So Das ist schön Es ist natürlich nur was Beruhigendes, ne? Mhm, auf jeden Fall Du weißt ja manchmal, dass alles immer in der Luft fliegt Fliegt ja auch alles in der Luft Dann ist jetzt hochgegangen Na ja Ich brauchte, wie viel brauchte ich? Ich brauchte jetzt noch einen, also brauchte ich vier insgesamt Also kann ich das nochmal lassen, genau Ich baue nachher einen Reaktor und lasse ihn hochgehen Dann ist die gesamte Welt zerstört und dann hat sich das Gut, gut, mach Spaß Viel Spaß Viel Spaß Viel Spaß Was? Prozess findet der nicht? Achso, da doch da Ah, kein Silizium mehr Sili Ah, komm Plastik Plastik Ah, cut Verdammt Und kein Rotplastik mehr Du brauchst jetzt keine Smelchewie mehr, ne? Nein Hätte nicht vor heute noch den Tank zu bauen Oh lol Ping Du hast irgendwas abgelevelt Hm, hab ich ja auch Ich brauch ein bisschen Cables Was hast du gekriegt? Ja, guck ich gleich nach Ich brauch erstmal Cables Sonst vergesse ich sowas immer Mhm Hier wäre ein Stein drauf, perfekt Müsste hier noch was anderes rein, genau Dann läuft das auf jeden Fall Ähm, ich habe gekriegt Ähm Super Ich hab Stahl Hä? Ich hab gar nichts drauf gekriegt Comfortable Guck doch mal im Chat Guck, drück doch einfach T im Chat Ja, 5 T Wie heißt das, wenn du noch ein Modifier gekriegt hast? Plus 1 Modifier Siehst du? Hm Ich hab einen Stahl Und einen Stahlblock Wow Nach 5 Stunden Gefüllt Der kann nicht weiter arbeiten, er ist auch gleich voll Wer ist gleich voll Wir müssen das irgendwie da rausziehen Dann guck du mal in die Öfen rein Wir müssen das irgendwie da rausziehen Ja, wie gesagt, jetzt trägt er drunter und trägt er Importbass Und dann einen Timer, ja klar Und dann einen Timer dranbass Dann müssen wir uns gerne erstmal hier vorne mit abschließen Denn hier fehlte zum Beispiel Or Gravel Or Sand Was heißt alles da? Nickel Or Gravel Or Sand Nickel Nickel Sand fehlt Nickel Sand fehlt Für ein einziges Item, er Nickel Sand Und das ist vor allen Dingen In Nickel Sand haben wir nur 7 Stück, er Wer schreit denn da? Ich hab noch Wimstdorfen Mit so ganz kleine Kinder so schreien Ja, leider Ich hab noch eine FN dazu Jo, mach das Das wieder weglegen, perfekt Dann Was war denn mit dem letzten? In dem letzten müsste man nochmal gucken Zack, 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 zack Kommt Alu Oho Handy, hier dreht das richtig rum Alu Platinium Gold Alu Platinium Gold So, könnte es so Kann man Platinium wohl auch noch mit in das mittlere Teil tun? Mit Platinium sollte sich ja auch mit nichts vermischen, oder? Ja, das ist jetzt die Frage Probier's einfach mit einem aus Oder besser gesagt mit zwei Ja, du bist lustig Da hast du die Menge da drin Da kann man nicht mehr viel reintun Da kommt man inzwischen Ja, die muss mir aber da Egal, egal Doch, 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 doch Das kommt man Gib mir mal Platinium Ja, hol's dir raus Hallo, Platinium Gold Zinn, Blei Zinn und Blei Oder siehst du, wenn ich das suche? Nee, ne? Nein Und Blei Lied Sooo So viele Felder haben wir noch gar nicht Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Schitte Das da, das da, das da, das da Das da So Das da, das da, das da, das da Ich habe zwei Platinium drin Okay, sehr schön Da ist schon Platinium auch drin, ne? Vier Baren, vier Baren Das mischt sich nicht Ganz nicht, kann man hier mit rein tun Ja, bei hier, ich meine, ich meine aber hier Hier, bei dem hier Bei dem ganz rei Äh, ne, weil du stimmst doch Nee, nee, vergiss es, vergiss es Wahrscheinlich schon richtig Aber das mischt sich hier nicht Ja, der oberste hat schon vier Platinium Und ich mach da gerade nochmal vier Baren rein Mal gucken Da hast du so viele drin, dann müsste sich das auf jeden Fall mischen Ich mach mal so, wenn da ein bisschen Platinium drauf geht, ist das egal Ja, genau Brauche ich den nur zweifel zwischen der Art von Platinium? Jetzt bin ich grad missverwirrt Zack, 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 zack Das muss man alles wieder wegnehmen Das kommt nämlich da hin, genau Das kommt da hin, das kommt da hin Irgendwann ist mir ein Platinium irgendwie abhanden gekommen oder sowas Ne, das ist es doch Tin, ne, das ist Tin Tin, wieso habe ich Tin dabei? Hä? Ich bin grad mega verwirrt, ey Was hab ich da jetzt reingeknallt? Ich hoffe nicht, dass es das Falsche war Ich hab mich gerade geschmolzen Das war hier drin ist, ähm, Aluminium Aluminium war, ja, Alu, Platin, Gold, Zin, Blei Sind fünf Stück eigentlich Ich hab mich nicht alles täuscht Ähm, Tin Tin Achso, ich hatte, oh Ah, deswegen Ich verstehe es Tin Dust Tin Sand Und Platinium haben wir hier sogar noch Wir haben noch keinen Platinium, äh, Gravel gekriegt Vielleicht gibt's den gar nicht Äh, doch Doch Haben wir welchen? Ja Ich hab 31 Stücke mit mir da Achso, deswegen, ja gut Ich hab mal in die Schmelze da Wir haben auch den 3 reingekommen Nee, tu mal, tu mal, ähm Hier vorne Einfach ein Einmal so stempeln beim Export-Bass, bitte Dann tu nur hier so vorne rein Export-Bass draufklicken und dann da reinstempeln Genau Perfekt Jetzt packt nämlich das ganze Platino nämlich auch mit da rein Dann braucht man hier nur noch einen weiteren Dings-Bass, weil sonst macht er hier nämlich gar nichts mehr Zack, zack Muss man alles wegpacken Das auch Ähm Export-Bass Basic, Basic Brauch ich hier noch einen Prozessor, aber einen Prozessor kann ich nicht nur... Oh, na, geil Weil ich kein Silikon mehr habe Plastik Kein Rohr Plastik mehr, das ist doch blöd, ey Ist doch mal mega blöd Kautschuk Wo steht mein Kautschuk? Wissst du doch nicht Wissst du doch jetzt suchen? Da ist es doch Rubber Rubber brennen, so Ich muss jetzt auf neun neuen Teile warten, ey Kotz die Wand an Und schon viel Stahl durch Zwei Blöcke und vier Barren Zwei Blöcke und vier Barren Müssen wir ein bisschen Eisen wieder nachlegen bald, ne? Mhm Ich hole dir beim Eisen Ich hole dir beim Eisen Dann bring auch Schwarz Füllworn Sand mit Hier kann man die alle auf den Stack auffüllen Powder Wahrscheinlich ist das noch nicht im System Sand, natürlich, ist alles im System Alles? Alles was hinten war? Ja Ja Selbst der Quepp? Ne, also so Schallplatten hab ich noch nicht dran Die tue ich aber glaube ich auch gar nicht rein, ne? Soll ich noch ein bisschen Estfüll? Soll ich noch ein bisschen Advanced Tisch machen? Ja auf jeden Fall, mach den auf jeden Fall Der frisst einfach mal vier Stahlblöcke, ne? Scheiss drauf Wofür brauchen wir sonst Stahl? Äh, Rüstung Ich weiß jetzt nicht ob die besser ist als Eisen oder so Naja gut, hab ich noch keine Ahnung Und halt für Wechsel kann man es nutzen, ne? Stahlrüstung kommt auf keinen Fall Stahlrüstung ist nicht so geil Stahlrüstung ist nicht so geil Oh man, ich muss das voll hier weg mit einem Deadly Stall Oder Stahlwaffen Warum? Warum muss man dies ausschließen? Ich verstehe es nicht Stahl hat Abbaulevel Diamond, ne? Äh, 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 äh Ja, aber Stahl hat eine höhere Haltbarkeit Ja, wow Wir haben so viel Eisen, das ist doch scheißegal Das ist so scheißegal Ähm Zack Hier heißt dieser Staat Stab Add apply Achso, add geht gar nicht Man kann nicht nach Mods suchen, ach das ist doch kacke Sort by Priority Auto-Search Standard-Search Nasing Okay, Nasing ist auch schon mal das Richtige Ah, wie hieß denn dieser komische Stab? Kacke, den muss ich jetzt wieder... Was für ein Stab? Ne, ich hab so einen Stab für Plage in einer Distance, wo du die Prozessoren mitmachst Da ist er Quartz Cutting Knife Ah Das meinst du Ähm, so Komm, hauen wir raus, danke Ich brauch nur noch einen einzigen Prozessoren Dankeschön, zack Jetzt kann man das nämlich zum Advanced machen Perfektor Alter, alle Platten haben die Typen voll, ne? Alle vier einfach Echt scheiße Ähm I need, I need, I need, was need ich denn? Jetzt nochmal Kabel, genau Cable Back Ich mach bald keine ME-Cable mehr Schade Schade Nummer eins Nummer zwei Nummer drei Nummer drei Oh lord Boah, hab die mir fast runtergefallen Was? Der, äh, Exportbass Die sind nicht gerade günstig, die Dinger Lass das Lass das, dumm Zack Jetzt exportiert er alles einfach da rein, was er kann Er hier auch Er ist einfach randvoll Also ein paar Sachen ist einfach randvoll, komplett Wir müssen anfangen, da Sachen rauszuziehen auf jeden Fall In der nächsten Folge Danke fürs Zuschauen Lass eine kleine Bewertung da, wenn es euch gefallen hat Und schaut doch im nächsten Mal wieder rein bei Minecraft Agrarians guys Ciao 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 Ciao